Man muss auch sagen, dass ich, so wie viele deutsche Menschen, für ihren Bundeskanzler immer Herrn Kohl erklären werde, bis zum Ende aller Tage, wer immer noch dazwischen als Bundeskanzler erscheint, so ist für mich Heinz Fischer der ewige Bundespräsident des Herzens und er möge sich oft zu Wort melden, allerdings beim Wortmelden muss er vorsichtig sein. Jüngst hat er Österreich verteidigt, indem er gesagt hat, Österreich ist keine Bananenrepublik und er hat das bewiesen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Österreich eine Bananenrepublik ist, aber seitdem es das Dementi existiert, glaube ich, es könnte doch eine Bananenrepublik sein, denn das ist doch das Wesen des Dementis, dass man erst dann, wenn eine Sache dementiert wird, an sie richtig glauben muss. Das ist das Wesen des Dementis. Das ist das Wesen des Dementis. Das ist das Wesen des Dementis.